Das ist Asimo. Er ist einer der ältesten digitalen Zweibeiner. Es begann mit der genauen Analyse menschlicher Bewegungen im Labor. Die Forscher erkannten, dass der Mensch beim Gehen aus der Balance kommt, gerade so, als würde er vorwärts fallen. Diesen Vorgang allerdings für Roboter zu kopieren, war äußerst schwierig. Echte Fallstudien. Der erste Prototyp E-Zero brauchte 1986 noch 5 bis 20 Sekunden für einen einzigen Schritt. Und er konnte nur geradeaus gehen. Die Entwicklung, die er im Lauf der folgenden 25 Jahre bis heute nahm, ist ganz erstaunlich. Heute ist Asimo weitaus geschickter. Asimo ist inzwischen 1,20 Meter groß und wiegt 52 Kilogramm. Er sprintet mit 6 Stundenkilometern, kann Hindernissen ausweichen, um die Ecke laufen und auch greifen. Und noch mehr. Selbst Serviceleistungen erbringt er mit großer Präzision. Die Robotik ist im 21. Jahrhundert ein Trendthema der Forschung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.